Und ein Moinzen zu den Tipps zum jetzt schon 30. Spieltag, wir nähern uns echt langsam dem Ende der Saison, geht wieder vorbei wie sonst was. Natürlich wieder immer der Blick hier auf vor allem die Partien im Abstiegskampf, wo wir mit dem VfB ja auch drin stecken. Dann erstmal so ein bisschen Blick auf Daten, Historie, Bilanz, dies, das und dann am Ende natürlich die Tipps und die sind auch dann ein bisschen fern von dem statistischen Blick, sage ich mal, sondern einfach meine eigenen persönlichen Tipps am Ende des Tages. Freitagabend geht es los, Bochum gegen Dortmund, insgesamt sogar die Bilanz für Bochum zu Hause gegen Dortmund positiv. Elf Siege, 14 Unschieden, acht Siege nur für den BVB. Zuletzt aber, auch wenn man da vielleicht ein bisschen Angst haben könnte, dass Dortmund gerade so ein Verein ist, der bei so Klubs manchmal ein bisschen komisch ist. Auch zum Beispiel, wir kennen das Gefühl von, wenn Dortmund nochmal stolpert diese Saison, dann vielleicht in Augsburg oder dann vielleicht in Bochum. Aber ey, im Pokal weitergekommen, davor 1-1, 1-4, 0-2, 3-3 und dann 2007 mal 2-0 verloren noch. Die Bilanz zuletzt ist echt, echt ordentlich für Dortmund. Bochum gerade eh kommt aus einem 1-5 zu Hause gegen Wolfsburg, ist auch nochmal ein anderes Kaliber als Dortmund. Davor Unschieden Union, Niederlage gegen VfB, gegen uns, gegen Frankfurt nur Unschieden. Da ist gerade ein bisschen ein Dämpfer drin bei Bochum und Dortmund kommt ja grundsätzlich aus einer guten Phase. Die gesamte Rückrunde ist ja durchaus eine sehr gute Phase anzusehen. Auch wenn man jetzt die Niederlagen gegen Bayern und Leipzig hatte, aber jetzt wieder gegen Frankfurt gewonnen, Tabellenführung übernommen, das wollen sie sich vermutlich nicht nehmen lassen. Also glaube ich auch, dass da die Tendenz statistisch und so weiter, bilanzmäßig und so was gesehen, definitiv auch für Dortmund spricht. Auch wenn natürlich die Heimstärke hier bei Bochum vielleicht ein bisschen was hilft. Aber sonst ist das halt einfach gerade Platz 15 gegen Platz 1. Nächstes Spiel haben wir Leipzig gegen Hoffenheim. Gab es bisher nicht oft, aber dann mit Heimrecht für Leipzig fünf Siege und nur eine Niederlage gegen Hoffenheim und zwei Unschieden. Ähm, zuletzt, also die eine Niederlage war sogar 2018. Also bisher holt das Leipzig normalerweise. Diese Heimspiele gegen Hoffenheim holen sie normalerweise. Äh, setzt ja auch, ja, gemischt drauf Leipzig, ne. Ich lese hier fünf Siege und fünf Widerlagen, also auch nicht so geil. Auch gerade so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen. Die haben gerade den Champions-Platz verloren, zwei Punkte hinter Freiburg. Also die haben doch wieder was gut zu machen. Ähm, Hoffenheim hat jetzt wirklich eine starke Phase. Wie gesagt, die ganzen Niederlage und dann eben Sieg, Hertha, Sieg, äh, Bremen, Sieg, Schalke, Unschieden, München. Aber jetzt eben eine doch auch irgendwo ein bisschen überraschende 1-3-Pleite gegen Köln zu Hause, ne. Hoffenheim auch generell, ähm, auch was so Auswärtsfans aus Support und sowas angeht, grundsätzlich nicht irgendwie einen Vorteil, den sie auswärts haben. Aber gut, Leipzig vom Heimrecht bekommen auch nicht großartig, ohne da jetzt, äh, sinnlos, äh, ein bisschen rein dessen zu wollen. Man muss halt irgendwie ein bisschen bei diesem El Plastico. Ähm, deswegen trotzdem statistisch gibt das am ehesten, äh, den Leipzig-Sieg her zu Hause. Haben sie bisher auch mal mitgenommen. Dann haben wir Frankfurt gegen Augsburg. Ähm, da die Bilanz für Frankfurt auch positiv. Sechs Siege, fünf Unschieden, Trenge lag. Also immer, ne, genau die Partie. Nicht generell die Bilanz, sondern genau die Partie. Also hier Heimrecht Frankfurt gegen Augsburg. Äh, letzten Spiele 0-0, 2-0 gewonnen, 5-0 gewonnen, dann 2-19 verloren, 2-17 verloren. Deswegen habe ich auch das so ein bisschen noch im Kopf. Von wegen, ah, die sind schon mal am Patzen auch gerne gegen, 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 gegen Augsburg, die Frankfurter. Ähm, generell Frankfurt auch in einem ziemlichen, ziemlichen Loch. Noch ein Sieg, fünf Unschieden, vier Niederlagen in den letzten zehn Spielen. Das ist schon ziemlich, ziemlich happig. Neunter Platz mittlerweile. Die verlieren auch die, ja, Ränge da oben so langsam aus dem, ja, einfach, nicht aus dem Blick, aber verlieren es halt gerade so ein bisschen, ne. Drei Punkte schon weg auf Platz sieben, die gerade Mainz sind mit Conference League. Der erste Platz, äh, der Europäische spielt dann und werden dann eben mal gucken. Wir als VW-Werts natürlich auch, äh, aufhalten nächste Woche. Aber die werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr gucken, dass sie im Pokal, wie man es auch kennt von Frankfurt Pokalmannschaft aktuell in den letzten Jahren, dass sie da eben vielleicht über den Pokalsieg europäisch dann eben in die Euroleague noch irgendwie einziehen. Aber das muss man natürlich auch noch verhindern. Da hatten wir in der Bundesliga erstmal nichts zu tun. Äh, Augsburg auch absolutes Hoch und Runter. Letzter Sieg aber auch schon sehr, sehr lange her. Ähm, ja, also grundsätzlich ist das somit das einzige Spiel von den, ich sag mal, Abstiegskandidaten noch oder Abstiegskampfkandidaten, wobei ich da Augsburg meiner Meinung nach auch rausnehmen würde noch. Aber sie sind eben gerade noch erreichbar von den Punkten. Ähm, auch mit dem Unentschieden gegen uns noch nicht raus. Wenn sie gegen uns gewonnen wären, wären sie vermutlich kaum mit raus gewesen aus dem Abstiegskampf weitgehend. Ähm, ja, Frankfurt hat jetzt doch nicht die brachiale Heimstärke in der Tabelle. Augsburg auch keine wirkliche Auswärtsstärke. Ähm, Rückrundentabelle beide schwach. Also Frankfurt nur elf Punkte geholt in der Rückrunde und Augsburg nur zwölf. Muss man mal gucken, der VfB hat auch neun geholt und Hertha acht. Also Frankfurt ist komplett im Abstiegskampf, wie die Rückrundentabelle angeht. Also wenn es da Potenzial gibt, für vielleicht doch Punkte liegen lassen, für, ja, für uns doof quasi, also Punkte liegen lassen von einem Team, auf das wir hoffen, dass es gegen einen Konkurrenten für uns im Abstiegskampf gewinnt, so rum, dann hier auf jeden Fall. Also die Tendenz ist doch statistisch und so weiter eher Richtung Frankfurt, aber ein Unentschieden, äh, sollte, glaube ich, da auch kein Wundernis auch durchaus, ja, so ein bisschen Sieg, Schrägstrich, äh, Unentschieden hier, was ich nur nicht wirklich glaube, ist ein Auswärtssieg, äh, von Augsburg. Dann kommen wir zum VfB, da natürlich am meisten schon zu besprochen, Vorbericht, dies, das. Ähm, 27 Siege, elf Unentschieden, 15 Niederlagen gab es zu Hause gegen Gladbach. Also deutlich, deutlich positiv die Heimbilanz. In den letzten Spielen auch 3-2 gewonnen, dann 1-2 verloren, aber das war Pokal, also nicht in der Liga. Dann 2-2, 1-0 gewonnen, 1-0 gewonnen, dann 2015, die letzte Pleite mit 1-3 und davor lief es ein bisschen Städte. Da war aber auch Gladbach gerade, glaube ich, so ein bisschen in ihrer Europa-League-Champions-League-Phase und so, da war es auch deutlich besser. Ähm, ja, ich konzentriere mich hier vor allem auf so Bilanzen, auf Tabelle und so Geschichten, aber wie ich auch im Vorbild schon gesagt habe, für Gladbach geht es um nichts mehr. Bei den Leafs auch zuletzt halt überhaupt nichts, passt ja auch hier rein, habe ich auch schon drauf geschaut hier immer. 2 Siege, 4 Unschieden, 4 Niederlagen, letzten 10 Spielen, also bei Gladbach läuft es wirklich nicht rund. Äh, wir gerade durchaus im Aufschwung, ne, 3 Siege, 3 Unschieden, 4 Niederlagen. Klingt nicht auf den ersten Blick nach einem krassen Aufschwung, ne, aber seit Hoeneß da ist, ungeschlagen, ähm, sind, wenn wir überhaupt irgendwie was sind, dann sind wir heimstark, auch wenn das, glaube ich, ja, die Heimtabelle auch nicht so dermaßen hergibt, ist ja auch logisch, wenn man da unten im Abstiegskampf steckt. Gladbach aber auch alles andere als auswärtsstark, ne, wenn man mal guckt, Heimtabelle ist bei Gladbach auf Platz 6, da holen sie quasi alle Punkte und Auswärtstabelle sind sie auf Platz 14, die Gladbacher. Äh, also hier kann man, glaube ich, auch statistisch, bilanzmäßig durchaus auf den Sieg für uns, äh, hoffen und darauf hoffen wir natürlich auch, auch natürlich später in den Tipps, ist ja auch ganz klar, habe ich meinen Tipp ja auch schon abgegeben im Vorbericht. Aber auch Statistik spricht tatsächlich, äh, durchaus für uns. Dann Topspiel, Schalke gegen Bremen, absoluter Must-Win für Schalke, wir haben ein sauschweres Programm, sage ich jetzt auch zum 15. Mal, äh, aber wenn sie doch was gewinnen sollten, müssten, dann ist es das gegen Bremen, äh, zu Hause. Haben tatsächlich auch eine bessere Bilanz zu Hause, aber gut, Schalke hat natürlich auch mal deutlich bessere Phasen gehabt, Bremen auch deutlich bessere Phasen gehabt, wir auch, vier Traditionsvereine, 27 Siege, 12 Unschieden und 19 Siege für Bremen, äh, auf Schalke in dem direkten Duell. Und zuletzt, ne, ist auch wieder schwer zu bewerten, aber, letztes Sieg von Schalke zu Hause gegen Bremen war 2016. Auch davor wieder ein bisschen länger her, 2013, 2012 dann, davor liegt es dann richtig top, auch da liest du auch bei Schalke noch deutlich, deutlich besser. Also in letzter Verfassung, 1-4 in der zweiten Liga, 1-3 davor, 0-1 davor, im Pokal verloren, 2-0, 0-2, 1-2 und dann eben 2016, äh, der 3-zu-1 Heimsieg, also auch nach dem Bremen-Ding da jetzt in, in Berlin, wo ich auch vielleicht ein bisschen Angst hatte, neuer Trainer-Effekt, Dardai vielleicht, vielleicht kommt da was, ich glaube, es war auch unschen getippt beim Spiel, dann setzte das doch noch ein 2-zu-4, was auch nachher deutlicher ausfallen können, waren dann nochmal zwei wichtige Tore für die Hertha, so zum, zum Verschönern vom Ergebnis. Aber da kann man doch ein bisschen mehr in Bremen, äh, beliefen tatsächlich. Bremen auch tatsächlich, auswärtsstark, Platz 9 aus der Tabelle, und was mir gar nicht aufgefallen wäre bisher, die sind Platz 17 in der Heimtabelle. Das ist, das ist schon ziemlich krass. Bremen ja auch in der Rückrunde, ja, wohl stimmt gar nicht. Hinrunde ist sogar schlechter als die Rückrunde, okay. Da habe ich Bremen vielleicht doch sogar ein bisschen schlechter auf dem Zettel aktuell. Bremen auch raus aus Abstiegskampfängsten und könnten da auch, ja, die 40 Punkte brauchst du normalerweise gar nicht mehr, aber noch weiter den Schritt machen in Richtung 40, weil wenn sie da gewinnen, sind es 38 und sich komplett rausnehmen. Und nach dem Spiel jetzt in Hertha kann man durchaus hoffen. Ich gebe Schalke, weil es einfach zu Hause spielen und da auch schon Punkte gehören gegen manche, wo man es nicht erwartet hätte, gebe ich dem hier statistisch gesehen einen unentschieden Schrägstrich-Niederlage. Also ich sehe irgendwie keinen Schalke-Sieg, auch wenn es natürlich brauchen würden. Aber auch statistisch und so Geschichten ist hier doch durchaus für uns als Konkurrenz im Abstiegskampf auf den Sieg für Bremen durchaus berechtigt zu hoffen. Aber ich sage hier mal unschieden Schrägstrich-Niederlage. Gucken wir weiter auf den Sonntag. Ein Spiel haben wir hier noch, nämlich Bayern gegen Hertha. Das können wir, glaube ich, recht kurz besprechen. 29 Siege, 6 Unentschieden für die Niederlagen für die Bayern in Heimspielen gegen Hertha BSC. Letzten Spiele 5-0, 4-3, 2-2. Guck mal, 1-0, 0-0, 3-0, 2-0, 1-0, 3-2, 4-0. Letzter Auswärtssieg von der Hertha in München auf den ersten Blick. Das ist ein Liga-Pokal. Ich weiß nicht, ob das schon so lange her ist. Vielleicht schaue ich nochmal extra nach. Ja, 0-1 im Liga-Pokal 2001 und der Liga davor. 1977 haben wir zuletzt in München gewonnen. Also ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwie was verpasst hier bei fußballdaten.de. Aber es scheint so zu sein. Also das Ding ist eine ganz klare Geschichte im Normalfall. Die einzige Angst ist hier, dass die Bayern weiterhin so komisch vor sich hin dümpeln. Weil wir dachten ja auch vor ein, zwei Wochen, zwei, drei Wochen, die gewinnt Sourcing-Hoffenheim. Und da gab es da so ein uninspiriertes 1-zu-1. Aber die Hertha durchaus, glaube ich, ziemlich, ziemlich fällig so langsam. Der neue Trainer-Effekt hat auch nicht, im ersten Spiel auch nicht funktioniert. Erstmal gegen Bremen zu Hause. Also normalerweise gewinnen die Bayern. Ich erwarte mir keine Schlachtung, weil oft dachte man sich, boah, die Bayern sind jetzt angedockt und so. Und boah, jetzt sind sie in einer Jäger-Position und wollen dort und dort noch überholen. Das ist auch nur ein Punkt Abstand in so Geschichten. Aber ich sehe es bei den Bayern irgendwie auch nicht mehr, dass sie sich nochmal so richtig reinarbeiten. Aber kann natürlich auch alles passieren. Aber egal auf welche Art und Weise, das gibt statistisch schon ziemlich sicher einen Sieg für die Bayern her. Das ist auch ganz, ganz klar. Und dann können wir mal hier in die Tabellenrechner reingehen, tippen hier live. Machen wir bei Bochum ein 0-2 für Dortmund. Wie gesagt, wir machen sie alles gerade live und One-Taker-mäßig. Wir machen ein 3-1 für Leipzig gegen Hoffenheim. Wir machen Union Berlin gegen Leverkusen. Boah, spannendes Duell. Leverkusen echt gut drauf. Kommt ganz ehrlich, ich sag sogar aus Leverkusen, aber es holt 0-1 Leverkusen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unerwartet ist in dem Heimspiel von Union. Dann haben wir Köln gegen Freiburg. Freiburg einfach so dermaßen eiskalt. Sag ich 1-2 für Freiburg. Frankfurt gegen Augsburg. Ich gehe da sogar mit der Überraschung, oder was ist Überraschung? Mit dem einzigen Ding, wo ein Abschiedskandidat unten dann doch punkten würde in meinem Kopf. Aktuell neben uns dann, nämlich mit einem 1-1 Frankfurt-Augsburg. Stuttgart-Gladbach habe ich schon mal getippt im Vorbericht. 3-1 für uns. Müssen wir einfach. Must-win Pflichtsieg. So wie Gladbach gerade drauf ist. Im Abschiedskampf die Punkte. Heimspiel. Einstimmung aufs Pokalspiel am Mittwoch. Einstimmung auch vor allem aufs Ausdespiel in Berlin. Dann eine Woche später. Muss, muss, muss. Habe auch schon angesprochen, wie gesagt, in anderen Videos. Schalke-Bremen. Ich sage tatsächlich 2-1 Sieg für Bremen. Bayern kommen aber doch mal ein bisschen höher. 4-0 gegen Hertha. Weil wir haben gerade den Vorteil sowieso schon. Aber natürlich noch besser, wenn der Vorteil im Torfeld noch größer werden würde. Und Wolfsburg gegen Mainz. Mainz gerade echt gut drauf. Wolfsburg, ja, direkt dran an Mainz. Könnten sie überholen sogar, wenn sie gewinnen. Ich glaube, ja, die Bayern geschlagen. Aber ich glaube, so einen kleinen Dämpfer gibt es vielleicht für Mainz im Sinne von einem Unschieden 1-1 Wolfsburg gegen Mainz. Tabellarische gibt das für uns. Also oben erstmal bleibt Dortmund natürlich weiterhin, weil beide gewinnen. Bleiben beide auf einem Punkt Abstand. Freiburg zurück in den internationalen Rängen. In der Champions League auf Platz 3 weiterhin. Gehen wieder hoch. Leipzig bleibt auf 5. Union bleibt auf 4. Leverkusen auf 6. Mainz auf 7 trotzdem. Wolfsburg auf 8. Frankfurt weiterhin auf 9. Und dann gucken wir mal ganz runter. Hertha bleibt unten auf 18 mit 22. Schalke auf 17 mit 24. Bochum auf 16 mit 27. Wir würden vorbeiziehen. Beiziehen raus aus jeglichen Abstiegskampf, Relegations- und sonst was Rängen. Also Abstiegs- oder Relegationsrängen auf Platz 15 mit 28 Punkten. Hoffenheim auf Platz 14 mit 29 Punkten. Augsburg auf Platz 13 mit 31. Und noch zur Vollständigkeit Köln 35, Gladbach 36, Bremen 38. Dann würde ich sagen, lasst gerne eure Meinung und eure Tipps in den Kommentaren da. Es kann ein großer Spieltag werden von VfB. Hoffentlich enttäuschen sie uns nicht. Wie auch schon vorbeiziehen sie uns nicht. Ich bin aber guter Dinge. Danke fürs Zuschauen. Gerne natürlich hier Like und Abo dalassen. Ganz klar Geschichte. Und bis zum nächsten Mal.